Geil. Also Franzis, bis später. Wollen wir mal öfters spielen? Ja, genau. Also da ist wieder die alte Franzis mitgekommen. Ja, ist doch geil. Hey Baby. Bis später. Schön, dich zu sehen. Wenn dir etwas in den Sinn kommt wegen der Joy, mit den neuen Songs, wenn irgendwie, ich meine, Joy ist ja auch gut mit ganz wenigen. Also ich meine, das ist so improvisierbar alles. Ja, ist gut. Das hat nicht so viel Technologie dahinter. Nein, ist okay. Weisst du, das ist schön. Bye, bye. Bye, bye. Geh, geh.